nein 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 hallo und willkommen zurück zu um meine bäume sind gewachsen das sehr unwichtig zu skype ja und jetzt ist meine kuh auch nicht mehr schwarz sondern weiß braun irgendwas spinnt hier nicht okay heute kämpfen wir wieder heute gewinne ich und wir haben marineschwert steaks creeper flash dial wir haben dings noch vergessen enderpearl okay ohne enderpearl dann ist federfall egal jetzt kommt direkt also flash dial feier dial und axial und goldene apfel so ein op apfel bist du ready ja ich bin dann los kaputt kaputt jetzt hat sich schon wieder alles ab weggepackt bei mir das nicht witzig direkt weiter ich hoffe es hält wo ist der wo ist er ich sehe ihn nicht töt mal seine kühe man aber nur muh hä wo ist der seht ihr ihn Mein Dingsl ist kaputt What the fuck? Das geht gar nix Meins auch Fuck Ja Oh fuck Nein Junge Aber wir haben gesagt, wir haben halt drei Runden Ja Aber trotzdem, wir haben so nichts Ja, wir müssen das irgendwie ändern Irgendwas stimmt mit den Idealen auch Habe ich ganz vergessen am Anfang zu erwähnen, die drei Runden Wir überlegen uns kurz was Neues, bis gleich Zweite Runde Also irgendwie geht auf dem Server die Modes nicht richtig Keine Ahnung Alles funktioniert nicht Denken wir mal so normal Kann ja mal passieren Ich habe halt Vanilla Server genommen Vielleicht hätte ich ein anderer Wo Weil da gibt es ja besondere Server Wo Muss ich installieren So Speck oder wie es heißt Keine Ahnung Also Bist du bereit? Ja Okay Los geht's Der zündert Der zündert meine Ranke an Na gut Ey yo Wahrscheinlich Fuck Junge, wo bist du? Alles klar Wow Wow, was war das? Hm Viel Spaß Mein Freund Da oben Was wollen die von mir? Ja Ja Wahrscheinlich Geht weg ihr Pfeifen Nein Bremst du immer noch? Einsetzt du, oder? Ich dachte es kommt hoch Ja Ich kann nicht gegen dich kämpfen Du wirst sowieso sterben Keine andere wahr Komm jetzt einfach runter Was ist das? Ach komm Wenn du dein Schwert schwimmst Dann kommt bei mir die Animation Hü Uh Komm jetzt Ja Ich komme Ich bin kaputt Was? Alter Wo kommt das her? Naja Dein Ernst? Du schlägst mich nicht Nein, nein, nein Ist er ehrlich? Oh fuck ey Nein Wo soll ich jetzt zu dir rüberkommen? Alter, hier brettert Da überall Du schlägst mich nicht Woaaah Oh fuck Oh fuck Ja 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 Ich habe überlegend Ich habe überlegend Mein Schwert ist weg Mein Schwert ist weg Mein Schwert ist weg Ich bin mit dem Gewonnen Ich habe mein Schwert weggeschmissen jetzt so mit enderpearls spielen bis gleich dritte runde und ja jetzt haben wir einen eisenschwert in enderpearl steak feuerzeug goldener apfel und nur noch 16 creeper ich habe mir gerade ist mir was aufgefallen wir könnten uns eine kiste auf unserer insel machen so also wir machen die gleiche kiste was da drin ist und bla 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 wir machen drei kämpfe und in den drei kämpfen muss man dann immer entscheiden was man mitnimmt dann hat man das gleiche aber hat im insgesamten das gleiche scheiße ich dir brennt alles wie soll ich zu dir überkommen ich wäre einfach mal denn 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 dann habe ich den sprung habe ich den sprung leute das hier kann man gut kämpfen ich bin fast runtergefallen hier ich mache mal sein haus kaputt tschüss das Ich bin tot. In der Abregung. Okay. Schon wieder. Ich dachte, ich kann dich rauskicken. Okay. Ja. Oh, der leckt gerade, der Server. Oh, der leckt aber gut. Ich weiß nicht, ich war im Wasser, wollte hochschwimmen. Bin irgendwie wieder rausgefallen. Ey, bei mir, ich hab gerade aus den Aufregung. Die Welt sieht gut aus. Auf jeden Fall. Da brennt nur noch alles. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. In der Endcard sind noch Videos, vergisst du es noch. Genau. Und in der Infobox ist auch ein tolles Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020